Carla Olivares-Sousa ist eine mexikanische Fernseh- und Filmschauspielerin. Sie ist hauptsächlich für die Darstellung der Laurel Castillo in How to Get Away with Murder bekannt. Biografie Susa wurde in Mexiko-Stadt geboren, wuchs aber bis zu ihrem achten Lebensjahr in Espen, Colorado auf. Sie studierte Schauspiel an der Centro de Education Artística in Mexiko-Stadt und besuchte während ihrer Ausbildung auch Schauspielkurse in Frankreich und Moskau, Russland und kehrte nach Mexiko zurück, wo sie ihre erste Rolle in der Telenovela Faano de Amor bekam. Seit 2014 ist sie mit Marcel Tränkmann verheiratet. Filmografie Filme 1993 Espen Extreme 2010 El Efecto Tequila 2011 Vom Prada Ton Nader 2012 Suave Patria 2013 31 Dias 2013 Miele Chocolate 2013 The Noble Family 2013 Instructions Note Included 2014 El Crimen del Cacarocomaro 2014 The Jesuit 2015 Sundown Fernsehserien 2008 Terminales 2009 Faano de Amor 2010 Persons Annon 2010 zu 2011 Los Heroes del Norte Seit 2011 Nino Santo 2012 La Clinica Seit 2014 How to get away with murder You can turn there No wonder What I'll do with murder